Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, am Mind the Craft. Take it light mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und heute sind wir auf der Spur des Urans. Das Unmöglichen. Das Galileo Mystery. Wie funktioniert ein Atomkraftwerk? Das werden wir heute näher erläutern. Wir haben offscreen ein bisschen weiter gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge gemacht haben. Die neue Quarry hinten in diesem Biom angeschlossen. Wir haben es sehr viel gemacht. Du kannst mal einen kleinen Rundflug machen. Ich mache mal einen kleinen Rundflug. Also wir haben hier unsere Fabrik ja umgebaut. Das wisst ihr ja schon. Dann habe ich hier, das ist mein Verdienst, hier ein paar Solarzellen noch hingebaut. Und wie ihr hinten seht, wir haben da hinten den Platz schon ein bisschen ausgebaut. Der sieht jetzt formidable aus. Also der ist schon ziemlich geil. Da sind noch Fackeln drin. Hm? Das einzige... Kannst du ein bisschen Kupfer machen? Kupfer? Ja, kann ich... Nein, ich mache das schon. Kann ich... Okay. Was ein bisschen hässlich natürlich aussieht auf der Karte, dass hier irgendwie solche... Hm. Ja, solche Stellen hier drin sind, wo eigentlich gar kein Höhenunterschied drin ist. Diese... Ich gehe gerade auf dieser Linie hier. Die da. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten, der Platz passt schon mal. Jetzt kommen dann hier noch ein paar Häuser hin. Wir wissen noch nicht ganz genau, was. Unser Huhn ist immer noch da oben und kackt die Eier hier runter auf dem Platz. Ich fand da eine Idee mit dem bisschen rundherum bauen. Also eine kleine Kurve dann war ganz okay. Kurve? Ganz komisch. Also hinten am Ende oder wo? Mhm. Ja, das können wir uns auch alles überlegen. Dann habe ich hier die Kathedrale mit Teppich ausgelegt. Das sieht alles sehr schön aus. Da ist ein Skelett gespawnt. Das ist nicht so schön. Stürb! 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 Naja. Da steht der, der die Rede hält. Und da sind die, die er aufruft, wenn die was zu sagen haben. Heute liest er aus der Bibel nach Matthäus. Wie auch immer. Aber so, das ist der Teppich, der sieht, naja, hätte man auch besser machen können. Was hier schon steht, so ein kleiner, feiner, gemeiner Beichtstuhl, kann man reingehen und man kommt nicht rein. Das haben wir nicht so gut gebaut. Und Breite hätte man, also hier in die Breite hätte man den nicht bauen können. Ja, entweder muss das Gitter oben weg oder kein Stuhl rein. Ich glaube eher... Wirklich fett, der Kirchplatz. Der Kirchplatz, der, ich hab's schon gerade gesagt, der ist formidable. Mit Ö. Äh, dann ist das ein Lob. So, zudem hab ich hier oben noch in der Kirche einen, ja, diesen ersten Stock reingebaut. Einen Aufgang haben wir bis jetzt leider noch nicht, also da muss man bis jetzt noch hochfliegen. Aber sieht bis jetzt ganz gut aus, weil ich hier schon so einen kleinen, äh, Stück außen oben rangemacht hab mit, ja, alles mit dem Holz hier gebaut. Und wie wir auch die Bänke hier gemacht haben mit den, wie heißen die? Das waren die Wooden Plank Panel Strips. Boah. Nice. Dankeschön. So. Der Platz sieht geil aus, außer das Huhn, was da immer noch auf seinem Sandberg thront. Wir hatten gerade ein paar Energieprobleme im Neta, aber dazu später mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwas erneuern müssen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jetzt ein bisschen in Atomenergie investieren. Oh ja. Und dann die Rendite auszahlen in zwei, drei Jahren. Was? So, was hier noch weg muss, was hier noch weg muss, ist, äh, der restliche Berg, der hier über dem Platz schwebt. Den würde ich aber gern mit TNT wegsprengen. Ne? TNT. Hier haben wir noch ein bisschen bewaldet. Das hat der Sandro gemacht. Ein bisschen bemoßt. Deinemalt! Deinemalt! Und dann, uh, das friert hier zu. Das ist nicht so hübsch. Ja, ich weiß schon nicht. Weißt du nicht, Fackeln geplantet? Aber das ist natürlich nicht so ganz. Bauen wir eine Fackel aufs Eis. So, also hier haben wir so einen kleinen Wasserfall, der hier runterkommt, um das alles hier ein bisschen aufzuhübschen, ne? Und den Berg haben wir hier ein bisschen natürlich aussehen lassen. Na, so halb. Gut, die Fabrik dahinter sieht natürlich sehr schön aus. So, ein schöner Berg. Ich finde sie schöner ist, als du hast es vor. So, und ich würde sagen, wir suchen jetzt jetzt mal ein... Nein, komm mal. Ich habe eine Gali. Neuer. Neuerung noch. Was? Was machst du denn jetzt? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Das Projekt-Table. Projekt-Table, was kann denn das? Da hast du Sachen reinlegen. Mhm. Und wenn du rausgehst, können die nicht rausklungen. Ist ja geil. Was ich aber jetzt vorher gemacht hatte, wäre, ähm... Hey du, wollen wir uns einen Ort suchen, wo wir das Atomkraftwerk Guntremmingen bauen? Äh, ja, kann man auch machen. Ich meine, ich leg bloß mal nach. Also, ich hätte es halt nicht hier in der Nähe gemacht, sondern eher schon, ähm... WEIT WEG. Sehr weit weg. Und jetzt schnell weg. Es wird laut. Warum? Äh. Warum ist es laut? Also, in welcher Richtung hast du es dir denn so vorgestellt? Äh, schon mal eine Ebene, die ich nicht so krass planieren muss. Behindert die Fabrik? Äh... Ist halt noch so viel Wald. Richtung... Wie groß... Die Frage ist, wie groß ist denn der Radius, wenn was passieren würde? Äh, wenn du mit dem einen Stone baust, dann ist es ziemlich klein. Okay. Beziehungsweise man sieht nichts. Okay, ja, und was ist mit dem großen Stone? Ich hätte gesagt, hier geht es nicht, hier ist nämlich eine Quarry drunter. Also, da sind ja unsere Quarries drunter, hier. Da können wir nicht sehr viel bauen, wir wollten es ja unterirdisch. Was ist denn hinter der Burg? Hinter der... Ah, warte, da können wir mal kurz hinfliegen. So. Hinter der Burg. Die Burg... Aber ein bisschen Abstand zur Burg, oder? Das Problem ist... Warte mal, ich wollte die Burg größer bauen. Ähm, die Energie, die da rauskommt, wie... Also, an den Ufer... Mhm. Ja, stimmt, die muss mal... Nee, nee, nee. Wir müssen schon in der Nähe von der Fabrik, glaube ich, bleiben. Ja, so quer ein bisschen hinter die Fabrik, im Winterbiom, wäre bestimmt cool. Ja, irgendwo im Winterbiom, hätte ich mir auch gedacht. Ob ich sie alles nachläd, was lädt denn das so langsam heute? Ja, na, 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 na. Lott, schneller! Okay. Ich mach jetzt mal wieder Timeset. So. Aber ich find, den Körplatz ist echt schön. Ich hätt gesagt, hier so, oder? Hier bei dem Berg. Oder nicht auf dem Berg. Aha. Hier neben dem Berg. Hier mit diesem kleinen See, das sieht auch ganz gut aus hier, oder? Was ist bei dir hier? Äh... 90 Grad drehen. Und dann nochmal 30. Nach rechts. Jetzt hast du mich wahrscheinlich nach links gedreht. Und jetzt? Koordinaten sind 390 und 11. Also sag, ja, da kommst du. Hier, hier so. Siehst du mich? Links unter dir. Hier hinterm Berg versteckt halt. Da sieht man sich von der Stadt aus. Und wir können hier unsere fiese Machenschaften einfach in den See kippen. Hä? Wo bist du denn? Haben wir eh schon hier. Über der. Ja, okay. Also ich hätt gedacht, hier so. Siehst du diese zwei Berge hier, die da? Kannst du mir eine kleine Brücke über das Wasser bauen, über den Fluss hier. Und quasi hier unsere Steinbrücke halt. Und hier verfällt unser Abwasser rein. Das schwarze. Das kann man machen. Dann können wir hier so. Warte, wie kann ich das denn machen? Soll ich, auf welche Ebene, auf welche Höhe soll ich es denn planieren? Ich mach halt auf die Ebene. Auf die hier, okay. Soll ich dazu. Was ist denn das? Auf 67. Ja, jetzt hab ich die Screenshot gemacht. Ja, die hier. Ich bin so langsam mit dem Ding. Warte. Du siehst du rechts unter dem Map? 67. Warnig kann man jetzt die Höhe. Okay, 67. Das ist aber 68,26 hier. Auf F3 ist es exakt 67. Gut, dann mach ich das. Und dann. Geht's los. Gut, er riecht sich gleich. Die Frage ist, warte ich. Warte, die Kühltürme kommen nebeneinander. Da muss ich mal kurz gucken. Wo willst du denn dann nur den Eingang haben? Das heißt, die Kühltürme hier so versetzt zueinander. Ich weiß gar nicht. Hier die Kühltürme. Ah, ist das cool. Der Project Table nimmt automatisch die Gegensteine von unten. Echt? Und legt sie oben rein. Ist ja cool. Der wird wahrscheinlich jetzt hier die Energie ausgehen von meiner Krabbelhand. Aber, das kann ich verkraften. Natürlich will ich die Natur hier nicht, naja, so hässig machen, sondern wir wollen hier einen schönen Übergang wieder zum Berg. Das heißt, auf der Höhe hier. Lass mich hier geradeaus durchbuddeln. Das ist krass, da fällt er zu. Wir bauen ein Atomkraftwerk und Remingen. Oh, hallo Kuh. Geh weg. Wir wollen die Umwelt verseuchen. Wir brauchen doch noch ein Endlager, ne? Gorleben. Das heißt, wir können die Stimme wieder verletzen. Echt? Ja. Na komm so, weil es dazu passt. Ich finde es schön, dass wir das so versteckt hinterm Berg bauen. Das heißt, alle Einwohner wissen nicht, was hier abgeht. Weil ich würde dann die Kühltürme so ein bisschen herausragend machen, dass man es von weiten ein bisschen so sieht. Boah, geil, hinten ist noch was. Boah, geil! So, wir haben es nämlich so geplant. Wir haben nämlich hier nachgegoogelt. Also, das andere hat sich informiert. Reinforced. Das ist Stein, sowohl Glas, Stein als auch Türen. Und dadurch geht diese Verseuchung nicht durch. Falls etwas explodiert. Ja, zum Beispiel die Explosion. Ja, okay. Wie groß ist denn die Explosion? Äh, sehr groß. Oh. Du willst hier von nebenher stehen. Gut, dass wir es so weit weggebaut haben. Also, so einen kleinen Sicherheitsabstand zum Dorf ist sicher. Da hau ich heute aber richtig geile Vergleiche raus. So. Da kommt dreckig's wie dein Piz. Ja, das wollte ich nicht. Also, wir machen ein bisschen Kupfer, ne? Soll ich mich einfach nur zwei durchdraben und dann nach oben buddeln? Ne, ich hab gehört, das geht nicht schnell hier. So. Ich glaub, so geht's schneller. Ja, wesentlich. Du die Töne. Du die Töne. Parlament. Du. Oh, ich mach dich einfach lauter. Einfach mal das Headset lauter drehen. Geht aus. Alter der ich will nichts sagen aber die Krabbelhand die saugt ziemlich viel Energie Ich weiß ich habe mir schon einen Blick auf die ich das bisschen zurück schraube aber ich bin jetzt von 2,2 auf 1,75 runter wie bleibe ich denn noch so drin? Alter ich habe noch 500 K statt 1,5 Millionen Alter ich muss mal kurz rumfliegen Also ich muss sagen ich finde ein Project Table besser als den Auto-Crushing Table Ich weiß nicht wie viele dransteht in den Vorken aber ich mache das nicht mehr Mach einfach mal 10 Stacks läuft Ich glaube die sind schon ein bisschen mehr Loll Alter das ist nicht gut Ich glaube das war wieder unten Da ist wieder was hochgegangen Ja die Quarry verbraucht nicht so viel gerade weil sie sich nur noch aufbaut Wenn das so kupferlastig ist wie du das vorhin gemeint hast dann kannst du ja ein bisschen Kupfer pulver reißen Oder nicht? Ja doch Ich werde ich glaube nicht drum rum kommen Wie das hört? Diese Kuh hier die freut sich schon richtig drauf dass hier alles verseucht wird Juhu ja Er wird alle sterben Ja Aber ja das könnt ihr echt machen Kupfer Atomkraft Nein Atomkraft Nein Windenergie Ja Gibt es eigentlich auch Windenergie? Ich habe ja gesehen dass es Wasserenergie gibt Ja Gibt es auch? Was gibt es da? Hm? Äh Quatsch Windenergie Es gibt Solar Ich rede gerade von Wind Ja Oh ich habe noch 190k in meiner Hose Oh Hm Du musst in dem Stift fliegen ne? Weißt du? Ja Hau wofen davor Äh warte mal kurz Jeeee So Ich saug alles leer Wo tue ich denn die Dirt jetzt hin? Ach die Recycler bekommen gerade zu wenig Warte mal Hast du da das Zoom auszogen? Ja Ja Die Ecyc ist gerade am Aufladen Wobei da geht ja keine Energie rein Ja ich bin am Leer Leer zu schlimm Alter Dance Copperplate wozu? Ball Boah ist das laut Alter wie langsam man ist ohne Rüst Achso ich habe auch das auf Alter es ist die normale Minecraft Geschwindigkeit wie man rennt Ist das normale Sprinten? Ich habe gedacht das geht schneller Also weil ich Weil ich jetzt im Inventor habe Mal gucken die und staune mein Freund Hm? Ich komme Oh Alter Quad Uranium ist ja auch Das sind die dicksten was gehen Erstmal nachschauen wie die gehen Quad Uranium Einfach nur Quad eingeben Drei Dance Copper, zwei Dual Alter Wie viel Kupfer das kostet Ja Aber Sollte hinhauen Sollte hinhauen Boah wie wenig Energie da rein geht Ich glaube ich will mir doch lieber wieder Na das Powertool ist schon geil bloß das saugt alles viel zu schnell leer Ja Machst du ein Messronder Nein ich will ja schnell fertig werden Ja Das kann man dir recht machen Das kann man dir recht machen Das ist ja fast gehofft wie gesprungen So Güte den Berg Weg Kuh Ich weiß du freust dich schon auf Das wird unsere Arbeitskuh Die stellen wir gleich im Atomkraftwerk ein Kommt gleich an die wichtigen Schaltungen hin So wie Homer Kann schlechter man Warnung Warnung Kennst du das Kennst du die Szene da wo der Der Mr. Burns Auf die Kontrollbildschirme schaut Warte kurz Timestet Auf die Kontrollbildschirme schaut Und dann Sieht er überall Mitarbeiter die irgendwie Besenkampf veranstalten So ein Stuhlwettrennen und so ein Scheiß Und dann Seht euch diese Affen an Dann schaut auf dem Bildschirm wo der Homer ist Und der schläft grad vor der Kontrollzentrale Und der hat so ne Brille auf wo so Augen drauf gemalt sind Das ist der einzige der wirklich wach ist und arbeitet Seht euch diesen Blick an Sehen sie diesen Blicksmittels Der Blick der Enthusiasten Und er sabbert voll So warte Warn du hast meine Energie geklaut Niiiihihi Waaah Ist das ein bisschen laut Was? Wenn ich lach? Nein Wenn es er läuft Ähh Ich hab noch hier ein bisschen Stein 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 Ich hab noch Seeds Was mach ich denn da mit? So Vielleicht eh für tausend Jahre Bist ihr sicher? Ja Ah ok Alter wir hatten 10 Stacks Uran also Ja vielleicht kann man noch Hebt mal ein bisschen rohes Uran noch auf Weil wir können ja nicht Wir wissen ja nicht ob wir das Vielleicht noch für was anderes brauchen Oder kann man aus Uran überhaupt was anderes machen Außer Stäbchen Ähh Ich glaube nicht Also da ist es nicht genau weiß Weiß ich es nicht genau Boah Bist du dir sicher? Aaaaaah Doktor Doktor Waller Hehehehe Doktor 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 So Ich habe meinen Doktor Doktor Kevin Casey Doktor Doktor Kevin Casey Apropos Kevin Casey Wenn du von dem redest Muss ich immer an Kevin Spacey denken Ja der ist wieder Aber das ist wieder was anderes Ja ich weiß es Der Schauspieler Und zwar Ähm Ich hab die Serie von ihm angeschaut Die nennt sich House of Cards Achso Ja das stimmt Findest du die Serie? Hast du gesagt Hast du gesagt was du angucken willst Ja hab ich jetzt schon durch Gib den Nutz Was sagst du? Es gibt noch 2 Staffeln Und ich muss sagen Relativ Relativ Langweilig Aber Auch spannend gemacht Man sieht halt Man hat halt sehr geilen Einblick Im Im System Wie das in den USA so abläuft Mit den Republikanern Und den Demokraten Und na Wie man das Und alles für Steckung Und genau Ungefähr Wie man das System auch verarschen kann Okay Okay Haben verstanden Du verarsch Ich hab dich Ich dich Ich dich Also um dich Um dich zu ermuntern Ich dich auch So warte Das kann man hier vielleicht noch ein bisschen anders machen Unser Atomkraftwerk muss schöner werden Gut dass du so viel Refined Iron Hast Wieso brauchst du das? Ja Oh gut Hab ich eigentlich nur für Für die Creeper Statue und für das Fundament vorgesehen Ja die könnte man auch noch machen Ja Erstmal Energie geht vor Ja Da stimmt ja auch wieder Da hab ich nicht Unrecht So Jetzt muss ich den Berg hier nur wieder anpassen Da ich nicht genau weiss wieviel ich brauch von denen Da hab ich nicht genau weiss wieviel ich brauch von denen Da hab ich noch mal ein paar Du gehst die Woche unsicher Du musst das sehen Ähm Oder elf Nein Der muss wieder natürlich aussehen der Berg Wie mach ich ihm das? Der sieht so unnatürlich aus So das passt jetzt schon mal Ja ich würd sagen das passt schon mal Das heißt hier kommt Wir haben keine Energie Was? Ich komm mir grad vor wie beim Bau vom Berliner Flughafen Wir brauchen schnell einen neuen Flughafen Och ja Lass uns Lass uns mal ein bisschen drüber diskutieren wie er aussehen soll Und am Ende stellt sich raus Ach doch nicht so effizient Hm Scheiße Fang doch mal von vorne an Der Berliner Flughafen Der Berliner Flughafen Alter ich hab hier richtig die Energie aus meinem Anzug gesaugt Vor allem aus meinen Schuhen Oh bin ich langsam Au Ach ich hab mich die Schuhe nicht an Ich hab mir zum ersten Mal seit 20 Folgen Oder seit 50 Folgen Oder seit 50 Folgen die Beine gebrochen Hilf mir Warte ich komm da nicht hoch Nein Ich komm da nicht hoch Achso weil ich keine Energie hab Sandro Ja? Machst du was? Du ähm Wir sind bei 23 Minuten Gib mir mal mein Okay wir warten jetzt bis Sandro uns das Ding gibt Wir bedanken uns fürs Zuschauen Und hoffen Warte was Wo bist du denn? Was brauchst du denn? Ich bin ganz Ja wo bin ich wohl wenn ich hoch will? Und was brauchst du jetzt? Ja meine Hose und meine Schuhe Weil da ist Energie drin Und ich hab keine Ich hab so mein Chatpack Oh Hallo Oh Hallöchen Hallöchen Ob er es uns geben wird Oh das klingt falsch Das siehst du in der nächsten Folge Bis dann Tschau Leute Servus Achso wir gehen dann mal ne? Okay Darv Rauch Abwech Und Komm D T Termin Abwech An Him Abwech Abwech Outro